das ist geschehen wir haben wir haben ja im Grunde gesehen wie sie auf die Insel kommen wir mit dem Boot fahren müssen Party machen und dann nur ein Brunnen aufgewacht ohne unsere Freunde aber eher die Pumpe wird einfach und es gibt uns immer wieder auffüllen oder genial so das heißt wir machen mal voll würde ich sagen so die Traktion wieder hergestellt und füllen das mal auf damit die Schöne Libellen auch was trinken können und jetzt gucke ich mal auf die Karte doch so Dokumente handgezeichnete Korte der nächste Punkt ist hier oben links in den Küstenturm ich nehme an das ist der Küstenturm das heißt in Richtung Wasser und ein Turm auch fast war schon wissen was das ist wenn die Kräste dazu in Landmann in den in den Landmann so dass es ist die Karte der Wachtturm Tempo in die Mono fahren eine rotige Motivung auf der Köln von Lüben möglich sind in den hier ist um 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 der Handgezeichneten Korte in der aber nun nicht sicher im fein alles gesagt die Worte nicht damit einst auch okay ich kann es auch zu schlagen auch echt jetzt was er konnte die Tempoin in Berlin ich kann ein paar Alte und die Mütten auch einige Kisten vielleicht arbeitet und immer was wird der Böhrungen da da läuft jemand lieber zu schlange ich will nicht lange mehr nur von dir was größer hin der Spitze der Tag der Läufer die Festers hier ist auch ein Weg auf dem erläuft hier erscheint einfach den Weg abzulaufen immer kurz hier weg in der Grunde auf die Karte Dokumente dann das in die Kampel wurden über den Kampel und ebenso vielleicht irgendwo und Turm dort dann ist doch was oder wir wollten weiß nicht da hinten ist auch was wenn er das hier sein Euro und so ein Kollege da hinten läuft die Karte läuft bis zu die Ruin okay das heißt wir können mal ich würde dezenten Bogen nehmen ich weiß nicht wer das ist und n n glaube nicht dass er sehr freundlich ist nicht gesorgt müssen natürlich auch versuchen n 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 Hilfe! What the fuck? War das er? Was? Wir sind wieder da wo war ein Wanderbissböcker! War das? Wenn man eh schon hier nur wir sind hier sind immer noch mal dringend wurde loslaufen und die zu den Verlangen was sind das so auch ein Turm um noch mal Quicksil nach Blätten hatten wir gehen einfach aus trinken noch mal so scheiße wie können wir denn an den vorbei oder ist das vielleicht das auf der Karte ne das ist das hier würde ich sagen ich will dahin ist da nicht weit wir haben auch gerade gespeichert und sollten vielleicht nicht einfach werden ich will nicht zu dem Kollegen der so unfreundlich ich bin mir nur leider nicht sicher wie das mit den Hunden ist laufen die einfach durch die Gegend oder sind die an bestimmten Punkten oh krass oh Gott der hält der Ehe wie viel aus Nein noch einer wir sehen Wir werden immer noch verfolgt. Oh krass, wie lange will er uns denn hinterher rennen? Lauf! Warum liegt hier Stroh? Jetzt sind wir sogar hinter unserem Punkt! Das ist doch kacke! Scheiße, ich habe den nicht gesehen! Wir scheinen relativ einfach wegrennen zu können. Ich weiß nicht, ob die jetzt da bleiben, wo sie aufgehört haben uns zu verfolgen oder die wieder zurücklaufen. Hallo Rudi! Ich weiß auch nicht, wann die uns sehen! Nicht, wenn ich mich hier rein stelle. Gibt es auch eine Anzeige? Nein. Weiß nicht, ob es was bringt. Ich habe nicht gesehen. Aber diese sehr bedrohliche Musik kann mir verraten, er ist da! Wir müssen irgendwie... Äh, ja! Genau! Scheiße! Ich hoffe, ich hoffe, dass... jetzt hier nicht stundenlang gebohrt wird. Violette Blume, okay! Irgendwie... Sieh mich! Er ist ja irgendwo! diese betreuliche musik um nur gelbe Pflanze Wo ist denn hier ein Hund? Vielleicht hier oben? Hallo. Ich bin ein Busch. Ihr könnt mich nicht sehen. Ich bin immer lauter. Hallo. Hilfe. Ich singe so laut und bedrohle ich. Ich will hier nicht weg. Ich bleibe jetzt einfach hier. Ich bin jetzt eine Pflanze. Ich bringe jetzt die Füße in die Erde und wachse. Jetzt wird es quasi ein bisschen leiser. Elbe Pflanze. Ich bin ein bisschen auf dem Turm. aus dem Blick verloren und keine Ahnung wie nah wie weit suchen so einfach die was das ständig meint in die Pflanze wir sind eine Pflanze die Grunde ist niemand Dokumenten Koppel woher gibt es noch mehr angezeichnete Brunnen und so ein Silber nicht mehr Rücklaufen müssen oder um die die wir haben doch eigentlich Dosen wirst Kronen Reinkum Kronen Kronen die Schade dachte wir haben vielleicht um jetzt eingezeichnet kommen von der Insel nun doch mal wecken von der Sieben und Neu-Quest gibt Warte und müssen wir was ist grün ich bin der Busch jemand kann mich sehen ich weiß nur leider nicht ob das bringt der war auch keins von den Viechern nicht wo ist der Turm ich hab die ganze Zeit Angst ist da ja gleich zu dir gekommen wo ist der Turm zu dem wir wollten am Tag doch eigentlich nicht so wird zu diesem einsamen Baum da oben kommen was laufen wo ist der Turm wo ist der Turm wo ist der Turm eine Schlange ich hab hier in so ein Külter in einem Stein wir brauchen auch bald wieder Wasser und ich weiß ehrlich gesagt nicht wie lange wir ohne durchhalten oh krass jetzt hab ich mich erschrocken Alter Mensch da ist der Turm sie wird schon wieder lauter die Karte was sollte diese Karte können wir die irgendwie bewegen dann bewegen wir uns wir haben auch kein von den Kültern gelbe Blumen sind übrigens Mutters Lieblingsblumen das Problem ist nur dass ich immer aufstehen oder mich hinhocken die Karte klingt wie eine Schlange da ist er hey Schlange die Karte die Karte die Karte das ist schon fast wenn du so abgäten müssen müssen die Orientierung verlohen ganz lezent in die scheiß und Ich habe gesagt, Angst zu rennen, weil ich nicht weiß, wie die einen entdecken. Sonnenblumenfelder Sonnenblumenfelder Der Wachtturm Der Wachtturm Der Wachtturm Ich bin vorbei Ich weiß nicht, wie die die Gegner reagieren, ob hier auch welche sind Gut Hallo Okay, wir sind genau Eine gigantische Umweg gelaufen, aber kein Hund Wir speichern wir mal Der Wachtturm Und ich bin ein kleiner Herd So, ich weiß nur nicht Wir an jedem Punkt Wasser finden, die Tür verkehrt, das steckt ein abgebrochener Schlüssel in Schlüsselloch Okay, das heißt um nun nehmen sich nicht einen anderen Weg gehen nun Metallschrott wo geht weiter das hat so ein bisschen was ja dieses genau zu gehen es hat so ein bisschen was von die ja und die hauerte wer von die alten Tutbräder teilen man noch er kommt ach so wenn die wir die zwei feine kommen dann kommen wir daran ich sehe gerade Prozent hier unten das auch so eine Art Energieleitung können also auch nicht ewig schenken mit so wahrscheinlich runter ohne uns die Knochen zu brechen und ich aufnehmen und von der Fond mit guter Augen guten Ausblick und kurz auf die Dokumente sie jetzt hier wahrscheinlich ist nur dahin und da sind die Kollegen die er das sind die Ruin wahrscheinlich über dahin hier sollte Kollege was über das gerne angucken wenn es nirgendwie geht wie funktioniert das in dem Spiel und erlernt erster was auf Erden wer ist da drin ihr was geht hier vor die der Hildspann dich fertig Ich werde dir nicht wehtun. Boah, chill, dude. Ich weiß nicht einmal, wer du bist. Was ist das für ein Satz? Bitte, lieber Entwickler. Ich war in der High Life. Ich habe immer zu überlegen. Ich habe immer starken Sensations. Ich habe immer mit alles experimentiert. Ich war nie ein Adjekt, sondern eher ein Adrenalin-Junkie. Meine Gemeinschaft war immer die Leute, die auf der Seite leben. Still, nichts könnte mir für was auf dem Island geholfen haben.